Es ist Zeit, Damien Lillard zu traden. Ich meine, worauf wollen die Portland-Trade-Bills noch warten? Die haben es noch Cheecho McCallum getradet. Yusuf Nurkic ist einfach kein Center mehr, der dich irgendwie weiterbringt. Auf dem Flügel gibt es Anthony Simons, der noch weniger verteidigt als Damien Lillard. Jeremy Grant will wahrscheinlich eh weg als Free-Agent. Was soll denn da noch kommen? Mit Tiss Stiebel soll er einfach mal Dreier werfen? Nein, du hast keinen Weg in die Conference Finals. Und Damien war lang genug da. Damien hat gezeigt, ich will den Dirk machen, ich will den Kobe machen, ich will nirgendwo anders hingehen. Aber wie viele gute Jahre hat der Typ denn noch? Das ist nicht mehr viel. Und er hat auch keine No-Trade-Klausel. Also wenn ihr Portland, wenn euch irgendwas an Damien Lillard leakt, dann tradet ihn jetzt. Tradet ihn irgendwo hin in eine gute Situation, wo ihr euch nicht verratet und ihr kriegt ein paar gute Spieler zurück und das passt für euch. Ihr macht den Neuaufbau. Aber der Mann muss noch mal ganz oben angreifen. Meister wäre ein Conference Finals. Traded Damien Lillard bitte zu den Miami Heat.